So, und weiter geht's mit der Panzerschlacht. Da vorne gehen wir jetzt an die Tiger. Diesmal fahren wir nicht einfach so. Vorsicht Jungs! Tiger haben ein dickes Fell und scharfe Krälen! Wo hat er? Recht! Wir blockieren sie! Wollen wir kommen? Ja. Uuuuuh. Ja. Der Streit. Marina. Ruhe. Ich fahre jetzt noch mal ein bisschen voraus. Das mag sie mir nicht, als bitte. Ruhe, hier wird es voll! Platz zum Panzerfaust! Feuer, Termine! Ausweichen! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Ich sehe noch mehr, also. Da ist noch mehr! Oh, 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 oh! Wo ist der da oben? Ah, da hinten! Da muss irgendwo noch einer sein. Gut. So, und jetzt? Riesiger Panzer von Richter! Feuer auf Richter! Geduld! Luftunterstützung ist unterwegs! Ja! 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 Jetzt ist Zahltag, Deutsche! Der Feigling flieht! Mima! Ja! Jetzt ist die... Aber die Wiese ist von uns kaputt. Aber wo ist da der Gras? Das ist jetzt eher der Kampf, die Glasse. Ich sehe natürlich gar nicht. Der ist echt. Immer weiter! Richter darf nicht entkommen! Die Rache ist mein! Oha! 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 Ist das Panzer oder... Wir sehen nicht, ob er rechts ist oder links. Oha! 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 Ausweichen! Ich sehe noch nicht mehr. Oha! Räuchern wir das Volk! Der Panzer füchst, wenn man sich... Wooh! Dieser Fehler ist, davon auszugehen... Ah! Versichten! Vorsicht. Gut, es hat er geschossen. Ich komme zurück. Das ist nicht so gelaufen. Jetzt hat er geschossen. Nein, ich kann nicht zurückfahren. Einfach so. Hallo, ich kann nicht zurückfahren. Ausweichen! Er macht eine Kurve, wenn ich die Zeilen zurückfahre. Vorwärts kann ich das, aber wirklich wärts. Vielleicht nicht. Vorsicht! Jetzt kann ich das. Das reicht mir. Aufgehen! Feuert immer weiter! Das ist neu. Oh, das ist da. Aber es ist noch eine irgendwo. Zwei. Ausweichen! Mehr schaffst du nicht drauf! Aufgehen! Feuert immer weiter! Wir füllen da auch noch. Ausweichen! Ausweichen! Ein Friedhof! Sie passen! Ich denke, da ist kein Problem. Oh, ich schreibe. Sie hat mir nur die Kollegen. Sie hat mir nur die Kollegen. Und ja. Sieht ihn jemand! Er ist auf der Hand auf der Gebäude! Feuert immer wieder! Man schiesst da jemand auf mich. Wo? Ah! Nein! Nein! Es ist aber noch der Zweite daheim. Ist er jemand auch da! Was? Er ist weg! Wo? Es ist neu, irgendwie. Haben wir nur noch gesert. Und singet ihn, los! Nach links, Bohater, nach links! Hier begraben wir Richter! KWUM! Zielt auf die Treibstofftanks! Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh, ist das da? Ich bin durch, ne? Ich habe sogar gesagt, dass ich die Treibstofftanks habe. So, unter... Okay. Ist er das? Seht auf den Panzer! Das ist Richters Nummer! Das ist er! Das Schwein, das uns aus der Heimat vertrieben hat! Papa! Ich dachte, Sie wären glücklicher! Wer sagt, dass ich es nicht will? Dafür gibt es eine Beförderung! Dafür dürfen wir alle eine Beförderung bekommen! Ich wollte die Beförderung nicht! Jedenfalls nicht so! Verstanden, Dix! Äh, ich meine Sarge! Wegen mir auch Dix, okay? Alles klar, Dix! Ich dachte, die Franzosen hätten hier schon aufgeräumt! Und das haben sie richtig beschissen gemacht! Der Wald ist noch voller Minen und Barrikaden! Das zweite Bataillon kann so noch nicht weiter! Wäre das denn nicht mehr was für die Pioniere, Boss? Verdammt richtig! Aber das abkommandierte Bataillon hat sich seit zwei Tagen nicht gemeldet! Nehmen Sie zwei Männer und flankieren uns! Wir gehen dort lang! So, ab in den Wald! Der Wald! 11 August 1944! Anschleichen! Pass auf! Deutscher Posten auf dem Hügel! Oh! Scharf schützen muss ich aber! Oh! Nicht wirklich, oder? Ach Gott! Das liegt mir ja wirklich gut! Das ist von gut! Zum Glück bist du da drüben gestanden! Was hat das drüben gestanden? Was hatte das drüben gestanden? Oh ja! Das geht auch nicht aus! Scherfschütz-Mission Das ist gar nicht meins drin Scherfschütz-Mission Scherfschütz-Mission So weit, so gut Da hinten ist Ecke drin Da hinten ist gut Die St Bournemann Scherfschütz-Mission Wahrscheinlich eine base-Pistole als sekundäre Feuer Wir sehen was Ich habe etwas gesehen Da geht es nicht gut. Sie schiessen sie in Stücke! Du gehst in einem Sankt nach Hause! Sollte auf dem Freifeld! Probe ab, du nachhau. Das ist noch nichts hier, gar nicht. Ich habe ihn schon gefunden. Da hinten ist er. Streifschuss! Wehrgeschossen! Deutsche auf, offen am Feld! Norden! Gut, gut, gut! Kann ich auch noch holen. Da ist irgendwie komische Deckung da. Heutliche Infanterie! Im Süden! Hallo Deutsche! Was, der hat es nicht genommen? Scheisse, ich habe ihn nicht gelesen. Feindliche Truppen verlassen die Deckung! Nehmen Sie den Unterstand als Deckung! Ah, das ist auch Deutsche. Oh, da brauchen wir noch eine Gescheidungsafe. Warum sind die nicht mehr das Maschinengewehr gesetzt? Die hat ja das Maschinengewehr wieder gesetzt. Ich komme auch nicht mehr draus. Los, los, los! Wer weiss, ich glaube schon nicht. Die Funktion ist unsere Rettknappe-Maffe. Weiter nach vorne! Oh, das ist Kolek. Gleich fliegt eine Granate! Herr Rost, gehen wir! Lade nach! Oh mein... Hier ein Geschenk von der Deutschen Armee! Der K.I. ist nicht so speziell wie dann spät. Der K.I. ist nicht so speziell wie dann spät. Ich bin so... ...und darüber achtschen.. W确st du sie häufig zu? Im Norden! B-B-B-Week-O Wir treiben sie zurück! Wir treiben sie nach Berlin. Komm noch mal. Das sehe ich. Wie kommt der da so weit vorne? Ich komme da nicht weiter. Ich weiß nicht, das ist koreanisch. Oh, das ist deutsch. Das ist koreanisch. Das depot ist vermutlich abseits der Strasse. Wir kümmern uns darum. Huxley erkunden sie mit zwei Männer in die Gegend. Rechts. Die verdammten Deutschen haben einen ganzen Trupp erledigt. Ich werde ihn kassieren. Nichts. 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 Jetzt in die Gegend sind. Jetzt hab ich das ja auch raus. Ich kann mir mal wieder aufhören. Seh sie nicht. Oh! Oh mein Kollege! Wir haben ja noch... Wir haben schon da... Frau... Oh oh... Oh oh... Das ist toll. Dann ist da da einer Weg hier, dann gehen wir da noch nicht so. Ich würde auch gerne. Jetzt müssen die Asche hier wieder sein. Dann hätte ich da auch hinein müssen. Ja. Ganz ungefährlich, als ich damals. So weit kann ich nicht liegen. Ich habe da auch voll Splashacken. Ups. So. Oho. Nein. Ich würde gehen. Ich schwankere Waffe da ist damit. So. Jetzt sind sie alle drauf gegangen. Ah, da hat es noch etwas. Schrottflänker ist das scheisse. Die will ich auch nicht. Ich will immer die auch. Schrottnacht zurück. Oho. Wo ist die Ops noch? Ah, da geht's. Was? Wie hat das Ding in die Luft? Jut. Ich hätte zuerst auch ja gesehen, ob wir nicht in die Luft haben. Los, los, los! Los! Oho. Oho. Da ist doch nichts. Oho, die Gürte. Lass mich durch. So. Die nächste. Jetzt haben wir zuerst das Benzin kaputt gemacht. Jetzt das Munitionslager. Oho. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Oh, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Oh, das ist so ein Blitz. Oh, das ist so ein Blitz. Oh, ja, 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 das ist so ein Blitz. Leak! Oh, okay. Das war aber auch der Rest von hinten. Schwucht ist. Ah, schau! Was? Gar nicht da. Wird auch härt, korrekt. Ui, weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Wooh. Oh, das ist wieder mehr Acker her. Oh. Oh, nein. Oh, das ist so ein Kläger. Schwierig, dass sie einzuschauen sind. So haben sie hier auch gebetet. Oh, nein. Das ist die Wind. Oh, nein. Ich bin aus dem Schläger. Oh, nein. Ich bin aus dem Schläger. Oh, nein, nein. Oh, nein. Nein. Das ist ein Kläger. Die Eingeschläge von der deutschen Armee! Ja, jetzt darf ich nicht rausnehmen. Er lässt immer nach. Wenn ich das mache, wenn er da wegberiebt. Nein, nein, Kollege, nein! Sieht hier, hier! H raging! Ah, ich bin jetzt clever! Nein, 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 nein! Wir sind hier in deritschaft! Obtiens, wenn es die Eingeschläge von der Waffe gekleứt. Oh ja, sie stimmt. Oh ja. Ops! Warum sind wir mit Granaten? Das möchte ich gerne da. Das ist irgendwie eine Munitionskiste. Da ist die Waffe. Oh, da hat es doch einen... Eigentlich ist es ein Möwerser. Möwerser? Ja, ja. Nein, im Graben! Ops! Oh nein! Wir werden in Deckung gehen. Rauch! Rauch! Wir brauchen mehr Rauch! Das war schon eine Kräfte. Wir brauchen mehr Rauch als Deckung! Da hat er keinen Fall ist. Oh, das ist so schön. Wir müssen dann auch die Kräfte. Womit ist der Vögel? Was? Dann holst sie sie hier und greift. Was haben wir sie? So. 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 Oh nein. So. 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 Luft, ja. Ui! Lass mich durch! Ich beginne den Weg zu blockieren. Die Mercer ist ausgeschaltet. Wenn wir diese Barrikade zerstören, haben wir es geschafft. Wie sollen wir das denn aussteigen? Ich hab ja einen tollen Mercer, den ich mal benutzen will. Nee, ich... Ich bin natürlich 7. Ich bin auch gar nicht. Das ist der letzte Scheisse im Falle mit dem Mercer. Ich bin gar nicht überall. Ah, ich bin zu drehen. Ich bin immer vor. Ich bin auf jeden Falle mit einer Weg! Ich bin einfach nur ein. Ich muss einfach... Das war's für heute. Endleuch Ich komme hier raus Alle können hier rausklettern noch mehr nicht Das ist so... Ich komme hier nicht raus Das ist so... Das Levelfeld